Mach doch einfach mal Vitalität ganz hoch jetzt mal gucken. 22. Ne 15. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir Konditionen. Kondition ist gut. Können wir auch 15 machen schon erstmal. Meinst du? Vitalität und Stärke will die erstmal rein kloppen. Belastbarkeit haben wir noch nicht. Geschicklichkeit ist gut zu. Hintergrund. Soll er noch nicht verteidigen? Resistenz. Das ist ein Glück. Vielen Dank. Achso. Und der Rest. So kannst du ja auch auf Hilfe drücken. Ne, ne, oder nicht. Ist ja alles da. Ja, Stärke dann vielleicht noch auf 20 hoch. Stärke, wenn Waffe. Ja. Dann haben wir noch 20 hoch und Vitalität noch, oder? Ja, nur einer. Ja. 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 Oder so. Ja. Ja. Oder so. Ja. 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 Ja, ja. Und rechts sind wir da. Ja. Ja. Wie viel brauchen wir für ein Level? 8 Stück verknüßt, aber bringt nichts. Zu viel dann? Äh, stimmt. 18.000 oder so? 19.000? Ja, dann halt die doch erst mal. Dann geben die Mini-Bick. Was sagt die mit Lothric? Dann touch the dark, take nourishment. Ja, 16.000. Ja, ne, lassen wir erst mal. Ja. 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 Okay. 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 Kannst du das aktivieren? Nein, nicht. Du gerade nicht. Hm. Vielleicht. Ideen hier, in die Tasche. Ist das da? Ne. Auch von Ablegen. Nein. Ja gut, dann... Wie ist das denn? Da hast du ein Blutfleck. Da sitzt einer. Blutfleck. Der hat wahrscheinlich den auch nicht gehört. Der schreibt gerade die Nachricht oder so. Der nennt ja auch. Ist ja im Sprung gestorben. Warte, warte, warte. Rennt hierher. Warum? Weil das kann. Okay. Meinst du, wie soll denn jetzt nochmal den Samurai-Fuzzi versuchen? Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr, ne? Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr, ne? Das ist strange. Dann macht er ihn hier. Ah. Ja. Voll der Emo, Junge. Zusammenbrechen als... Das ist das, was du denkst. Das ist das, was du denkst. Was noch was zu sagen? Ne. Hm. Ganz schön verzeigt hier. Da unten ist einer gestorben. Ja, wahrscheinlich runtergesprungen. Ja. Uh. Iron, der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Können wir hier zum nächsten trainieren? Ja. Da sitzen mehr einfach auf einem sitzen. Ja. Dann guck mal, wie groß er ist. Obermufti. Der heilige König Lotharic. Letzte Hoffnung seiner Linie. Hm. Tja, hat ihm wohl nicht so viel Spaß gemacht. Wie gehofft. Ja, wir müssen ihn da wieder hin. Der ist ja klar. Wir müssen alle an der Hand nehmen. Und schön. Aus dem Bälle-Paradies abholen. Luslet, der Verband. Uuh. Das ist wahrscheinlich eine Königin. Ne. Der heilige Aldrich des Abgrunds. Wunderbar. Okay. So, machen wir ja ein bisschen was vor. Aber hier oben ist auch ein Hammsturm. Ja. Der ist auch nur runtergesprungen. Warum? Da haben wir hier auch mal ein Hammsturm. Ja, komm, wir brauchen jetzt nicht uns alle Tode angucken. Warum? Weil die doof sind. Weil die tot sind? Ja. Guck mal. Du bist von oben runtergesprungen. Ja. Guck mal. Du bist von oben runtergesprungen. Kommt doch dann. Kommt doch dann. Ja. Ja, so wollen wir dann so ein Brei. Ja, so wollen wir dann so ein Brei. Ja, so wollen wir dann so ein Brei. Guck mal, da sitzt nur einer. Ja, ich geh da aus hier. Da, mit dem hier runterging das. Ne. 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 Da sitzt einer rechts. Ja. Da sitzt einer rechts. Ja. Hörpens, Armour, Trinkets, und Spellen. Ich habe viele kleine Dinge, um den Mühe von einem wehreigen Traveller zu retten. Ja, ich bin auch nicht tot, aber ich bin nicht so schützlos, als ich meine Güter geben kann. Aschen-One, fetsch souls und bringe sie zu mir. Ja, ja, ja. Wie ich will. Nein? Das sieht doch, doch. Was hat die denn so? Ich bin schnell verkaufen. Yay! Erstmal Spaß. Aschen-One, bring, is it not? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Er hätte sein können, da Riemann. Junge, 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 biete sofort alles an hier. Komm mal hier. Ganz rum auch hier noch Dingsortieren. Ja, ja. Das ist jetzt. Das ist ein Werkzeug. Ja. Das ist jetzt. Das ist ein Werkzeug. Das ist ein Werkzeug. Ja. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Zauberrezepte. Durch... Verklärung nicht vor und vor. Ja. Ja. 65. Ist der nicht besser? Weiß nicht, ich wäre erstmal dafür, dass wir uns eine neue Waffe holen. Gucken wir hier. Kann man nicht irgendwie im Vergleich sehen oder so? Nee, kann man eigentlich. Das wäre doch viel einfacher, als jedes Mal rauszugehen und gucken. Dingsortieren, Info. Dingsortieren, Info. Dingsortieren, Info. Dingsortieren. Das Schlimme ist, dass ich mich nicht bewegen kann. Kannst du nicht einfach so machen. Hm? Dann sollen wir einfach mal das Ding kaufen. Aber wie viel macht das denn? Ich wäre eigentlich dafür, dass wir uns eher eine Waffe holen. Ja, Waffe hat sie nicht so viel. Die ist irgendwie sehr... Wie eine Waffe. Oh, da wusstest du. Hm... Ein Dolch. Und die anderen Waffen? Er hat sonst keine Waffe. Na die. Was? Aber nicht haben. Achso, Geschicklichkeit fehlt uns da. Ja, keine Trau. Ist das Geschicklichkeit? Ein Sternchen? Nee... Das Sternchen ist wilde. Ich glaube. Das zweite mit der Hand. Das war zum Beispiel... Eine davor. Die Helle Barde zum Beispiel. Aber Helle Barde will ich nicht. Wenn dann das Schwert daneben. Brauchten wir 13 Geschicklichkeit für. Ich weiß gar nicht wie viel wir aktuell haben. Aber warte mal, da steht doch rechts jetzt. Geschicklichkeit 9. Ja gut, dann müssen wir eigentlich noch 4 Level machen. 10. Da wäre schon näher dran. Oh Alter, wir brauchen auch wieder viel. Ne, 99, 39. Ich sag für alle, wir brauchen wieder viele Seelen. Naja, wir können ja Gegenstände verkaufen. Kriegen wir ja Seelen. Ja, super. Gucken wir mal hier weiter. Ja, da weiß ich wieder nicht. Ja, das doofe ist, man muss sich das quasi rausschreiben und dann nach... Ne, kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Dreieck drückst? So, 3. Siehst du? Ne, das ist nur... Status, das ist von uns, genau. Ah, geht noch kaum. Ja. Ja, das ist generelle Verteidigung und so. Das ist scheiße. Ja. Aber wenn du einen weitergehst, dann siehst du wenigst die Attribute mittlerweile. Was? Ja, unsere Attribute, Vitalität und so, was wir alles gerade haben. Ja. Ja, schluck. Ja, drück mal auf Hilfe, kann man da nicht irgendwie noch was machen? Hilfe. Ja. Ja. Steuerung, Erklärung oder so? Nein. Doch nicht. Hm. Was machen die Rüstungsdinger? Also Schildbehör logisch nicht. Verkehrt. 78 plus 6, also 84. Hm? 78 plus 6 plus ist der Angriffskraft vom Schild. Und Abwehr. Ach ja, das plus 6 ist Angriff oder was? Ja, ja. Ne, das ist generell das Team. Also Abwehr ist 85. Ist das recht oder blauer alles. Ja. Wieviel haben wir? Weiß ich nicht. Glauben. Kannst du gucken, guck mal eben nach. Ja, ja ja. Na, na. Ja, na. Ja, na. Ja, na. Ja, na. Ah, der lässt sich doch schon sehr über die Bord hern. Ja, ne, ne. Druck mal eben. würd ich sagen 100% Kripp macht er ne, dann ballten wir halt erstmal so ich wollt schon sagen, wie ein Auto guck mal, der sieht doch cool aus, so'n Bart hätten wir uns nehmen sollen Alter ja, wenn du die ganzen Tag lang auf meiner Stelle ausdach, wird so aussehen ja, wollt grad sagen, dann wär ich auch so aus ich hab einen Scheiß-Name einfach war was nee, super Waffe du musst doch eigentlich super Waffe hm 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 ja hm 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 hm